Herzlich willkommen aus dem Fernsehstudio des Deutschen Wetterdienstes. Ja, es steht uns heiße Pfingsttage bevor. Wir können sogar von den heißesten Pfingsttagen seit mehr als 50 Jahren ausgehen. Zunächst mal ein Blick auf die aktuelle Wetterlage. Was ist die Ursache für diese Hitzewelle? Und zwar ist es ein Tief namens Ela, das hier über dem Osten des Atlantik liegt und ein Hochwolfgang, das hier über dem östlichen Mitteleuropa liegt. Und dazwischen fließt aus Süden heiße Sahara-Luft in den nächsten Tagen nach Deutschland. Die bringt übrigens nicht nur diese Hitze nach Deutschland, sondern auch Sahara-Staub, sodass wir vor allem am Pfingstmontag in Teilen Deutschlands wieder Sahara-Staub in der Luft haben werden und vielleicht auch wieder ein oder zwei schmutzige Autos erleben. Ja, wie geht es weiter? Was erwartet uns am Sonntag? Wir konzentrieren uns mal auf die zwei Pfingstfeiertage. Am Sonntag wird es in großen Teilen Deutschlands sonnig sein. Sie sehen hier viele Sonnensymbole. Nur im Westen, im Nordwesten, da kann es auch mal Gewitter geben, auch über den Bergen sonst überall, aber nur vereinzelt. Ja, und die Temperaturen, die sind im heißen Bereich. Wir erwarten fast überall schon über 30 Grad. 35 Grad örtlich im Süden. Nur an den Küsten bei Seewind, da bleibt es mit 20 Grad doch deutlich kühler. Am Pfingstmontag, da legt die Hitzewelle noch zu. Das wird der heißeste Tag der Pfingsttage werden. In Süddeutschland kann es örtlich bis zu 37 Grad werden. Und das wäre dann nicht nur der heißeste Pfingsttag, den wir die letzten 50 Jahre erleben. Es wäre auch der heißeste Tag in den ersten 10 Junitagen, den es seit Beginn der Wetteraufzeichnung überhaupt gegeben hat. Ja, sonst haben wir wieder viel Sonne in Deutschland. Vielleicht mal im Westen, Nordwesten kann es auch noch mal ein Schauer und Gewitter geben. Und so stellt sich das Wetter dann am Pfingstmontag dar. Was bedeutet das für uns? Wir müssen doch einige Sachen beachten bei diesem heißen Pfingstwetter. Und zwar einmal die Pollenflugvorhersage. Wir haben doch starken Pollenflug. Stellvertretend hier für Sonntag die Gräserpollenvorhersage. Sie sehen, es ist fast in ganz Deutschland mit einer sehr hohen Gräserpollenbelastung zu rechnen. Aber das ist nur ein Thema, das zu beachten ist. Das zweite Thema, erstmals wird dieses Jahr das Hitzewarnsystem des Deutschen Wetterdienstes aktiviert werden. Wohl am Pfingstsonntag und vor allem auch am Pfingstmontag rechnen wir in großen Teilen Deutschlands mit einer hohen Wärmebelastung. Das ist dieser rote Bereich. Und wir werden zusätzlich am Alpenrand auch noch hohe UV-Werte haben. Das heißt, die UV-Strahlung ist sehr hoch. Es kann nach wenigen Minuten hier zu Sonnenbrand kommen. Da muss man sich schützen. Und vor allem hier, wie gesagt, die Hitze ein Thema. Nur an den Küsten bleibt es kühler. Ja, und am Sonntag ist auch ein Gewitterthema da, das bis in den Unwetterbereich gehen kann. Hier sollten Sie stets die Vorhersagen unter www.wettergefahren.de verfolgen. Da können Sie dann landkreisgenau die aktuellen Warnungen sehen. Ja, soweit das heutige Wetter vom Deutschen Wetterdienst. Auf Wiedersehen. Deutscher Wetterdienst. Wetter und Klima aus einer Hand.